ich habe ja ich gehe rüber der bord ist tot wo die sind auch schon so gut wie weg hat man her ja alles gut die sind quasi schon zankt wie im moment ja kommt er die sind weg die hatten keine flagge aber supplies ok ich versuche noch mal den vorderen zu kriegen wo ich kann mit diesen kamen freundlich ich bin tot mich an erholen kann mich an holen ich habe einen tod und ja ich bin tot doch gerade kurz werden gewonnen war gut ich gehe rüber bitte den da unten der andere ist auch tot den habe ich aber die brauchen der lex kannst du schießen felix ja achtung nie warte mal lieber hier weil wenn ihr zwei hier gaben dann sind ihr marsch ich habe einen tod wieder ja jetzt sind wir marsch einfach schießen einfach schießen wir beide gaben hier ja okay dann da lasst was die werden hier an sinken ich bin tot aber wir haben sie das war stark am ende ja boah das lief am ende richtig da es war aber auch richtig dumm dass die beide gebordet haben dass sie einen komplett allein gelassen haben ansonsten hätten sie es vielleicht so gut geschafft wenn sie felix erwischt hätten dann hätten wir kommen noch eine chance gehabt ja wir hatten ja gar keine chancen was auch richtig geil war einer von denen ist ins wasser gesprungen ist dann wieder über die leiter ich habe ihn gesorgt der ich erst von der leiter runter und in was habe ich ihn dann gesnippt das ist das war mit